Chris, Servus, Mersh Mersh, Dankeschön. Jetzt direkt freispielen nochmal. Jetzt mit einem Samuel, Mann. Gib mir die Multiplikatoren, Mann. Hier sind die Freispieleknalle, bitte. Na? Xvira Multi, sehr schön. Komm, Homme. Also, die Ase hat einmal durchgezogen, oder? 300 Tage knapp, mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich bin gut an, ich kann mich auch noch dir machen. Jetzt der Xx Samuel, sehr schön. Und das ist ein vierter Spin. Samuel, Mann. Ja, das gibt es nicht, was es heute losgeht. Denk ich, wär das. Am besten Punkt dann nochmal auf X10 holt. Das wäre natürlich genial, Alter. Mach weiter, schön. Queens, jetzt noch Halskette dazu, bitte. Halskette. Ja! Frank. 1,70h noch mal auf drauf. X8 am Eintitel, Alter. Da muss einmal durchziehen, über sechs Balls, Mann. Scheiß egal, was für ein Symbol. Brune bitte. Brune. Brune. Warum das so machen man? Warum das so machen man? 720 Tage bezahlt, krank, tausendmal geknackt. Samuel man, es hat funktioniert man, es hat funktioniert, stark weiter, die Jacques genägtet, zwei Brunnen dabei, weitermachen bitte. Die fünfte Walzer noch mitnehmen und die sechste am besten gleich nachher, hallo. Krank, nochmal dreimal, hallo. Ich hab gedacht, bei 300 hört er auf, man, dann macht er bis 600 weiter. Alter, im letzten Spiel mit der X2 an der Muldi, die Kassel, da kann ich den 1.800 Mal schlug den Hacho stehen, der macht mich fertig, man. Odin, man, nochmal der Muldi hoch, das hab ich noch nie erlebt, X12er Muldi. Ich hab das noch nie erlebt, Leute. Digga, was macht der mit X2 an der Muldi? Ich bin fertig, ja. Ich bin fertig. Liebe Zeugen und Zeuginnen hoch mit den Däumchen, auf geht's, like, 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 support ist gemacht, ran an die Taste hoch mit den Däumchen, auf geht's. 2.224 Euro ist mitgenommen hier bei Muldi, brutaler Win, geiler Win, Leute. Der hat ordentlich geschmeckt, jetzt haben wir ein Stück unseres Lebens zurückerobert. ... krank. 3.700 immer auf dem Tabo stehen, Mann. ... wertal. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.